Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing Video von der Slam Crate aus dem Monat Oktober, so kann man es noch nicht besser sehen, ne? Ja, ich muss eine kurze Geschichte erzählen, gestern, also heute ist Freitag wo ich das aufnehme, nee Donnerstag wo ich das aufnehme, gestern habe ich dann schon wieder meine Slam Crate bekommen und diesmal nicht vom Zoll, ihr seht wie groß die ist, die andere ist vielleicht von da, ne, also hier bis hier hin, also kleiner und die musste nicht zum Zoll fahren, kommt das immer auf die Größe drauf an, das verstehe ich nicht, so, aber die habe ich im Oktober bekommen, wir haben jetzt November, für was ist die andere Slam Crate, ich dachte die kommt alle drei Monate, ich seh da nicht mehr durch bei denen, also ganz ehrlich, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das dann für eine, äh, für eine Box sein soll. So, das Thema ist Better Than New und ja, dann schauen wir mal, da hat man hier eine Alexa Bliss Figur und ich glaube dann beim nächsten Mal kann ich glaube ich die mal zusammenbauen. Serie 3 ist es schon, okay. Gut. Na ja. So, dann hätten wir, äh, was ist denn das? Ja, so ein Aufst... ähm, wie nennt man so was? Äh, noch keine Ahnung, aber auf jeden Fall, Hello, I'm awesome. Ja, äh, das kommt glaub ich auf so ne Hosen, ne, die ein Loch haben, oder? Oder hier so, Hello, I'm awesome. Ich weiß es nicht, so ein, so ein Aufsticker. Aufnäher, Aufnäher, jetzt haben wir es. Aufnäher. Geil. Das sieht echt geil aus. Dann hätten wir hier den SmackDown Women's Championship Titel. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Das ist natürlich richtig geil. Krass. So, dann haben wir, was haben wir denn hier? Bret Hart vs. Shawn Michaels Pillow. Was ist ein Pillow? Ist das eine Decke? Was ist ein Pillow? Mal schnell schauen. Ah, hier. Dann hätten wir ein Posterschen. Machen wir das erst mal. Mit dem Miz und dem Miztourage. Ach. Okay. Das sind Kissen. Pillow. Na natürlich. Kissenbezüge. Okay. Aber brauch ich eigentlich nicht, oder? Kissenbezüge. So. Dings ist gleich aus. Dann machen wir doch schnell noch das T-Shirt. Und zwar ein WWE T-Shirt mit Walk with Elias. Auf jeden Fall. Das sieht richtig Hammer aus. Richtig geil. Oder? Was sagt ihr? Falls das Video jetzt aus ist, ich werde dann jetzt nicht mehr... Also... Ich packe das nicht aus. Wird irgendwann mal verlost. Oder zum WWE 2K9 10 Video. Und ja. Auf jeden Fall das T-Shirt Florian. Behalte ich. Sieht auf jeden Fall geil aus. Und ja. Ja. Wie gesagt. Ich muss jetzt echt überlegen, ob ich mir die Slam-Cray weiterhin bestelle, hole. Und ja. Also es sind wieder mal tolle Sachen dabei. Und ja. Dann war es das jetzt. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Sorry. Da sehe ich mehr laber, aber der Akku geht gleich aus. Und ja. Um 5 Minuten für die 5 Produkte reicht auch aus. Jede Minute. Eine Minute für ein Produkt. Also. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich, bleibt dran. Bis dann. Euer Steffo. Ciao, ciao.